Frauenbewegung in Zurich, Schweiß, also women movements in Zurich, Switzerland. So, deutsche Frauen, die sind auf der Straße für die Frauenrechts. Frauenrechts, also in der Schweiß, Frauenrechts in der ganzen Welt. Also Frauen haben weniger Rechts, das war die Wahrheit in der Geschichte, aber auch die Gesellschaft und die Politik. Frauenbewegung. So, ist das auch hier? Ja. Das ist für Frauen, das ist aktiv in der Frauenbewegung. Ich habe gehört, dass die Schweißer Lande der Nahrie-Muchte. Und diese Schweißer Lande, seit 15 Jahren, die Nahrie-Richter-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe, 15 Jahre, der war er mit einer Sprechung. Das ist, der Menschen mit ihrer Anruhe-Aberhe-Aberheine, und zwar schon in der General эта Anruhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe. Das ist die Einwahl-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe-Aberhe. Wir haben eine große Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben uns in den nächsten Jahren gewonnen. Kannst du etwas sagen über die Frauenbewegung? Die 50 Jahre Frauenbewegung in der Schweiz. Kannst du etwas erzählen über das bitte? Wir sagen heute, dass vor 50 Jahren die Frauen in der Schweiz das Frauenstimmrecht erhalten haben. Die waren das letzte Land in Europa. Es hat ewig lange gedauert, bis wir das Frauenstimmrecht erhalten haben. Ich war da noch nicht geboren, aber meine Mütter haben sich das noch erkämpft. Auch heute gibt es immer noch viel zu tun und ich danke vor allem all diesen Frauen, die für uns gekämpft haben, dass es für uns Frauen heute selbstverständlich ist, dass wir wählen, aktiv und passiv und abstimmen können. Also, ich sehe hier, du hast ein Plakat, das geschrieben hat, unser Steuersystem. Und die beruht auf einem vertreten Familienmodell. Wir fordern die individuelle Besteuerung. Was bedeutet das bitte? Genau. Also vorweg noch, der Fackelanlass ist von der Frauenzentrale Zürich organisiert. Wir möchten darauf hinweisen, dass es heute immer noch viele aktuelle Themen gibt zu Frauenfragen. Dies ist ein Thema, das indirekt auch die Frauen betrifft, weil wenn man verheiratet ist, kommt man in eine höhe Steuerprogression und es lohnt sich für die Frau weniger zu arbeiten. Deswegen fordern wir die Individualbesteuerung, dass es für Frauen attraktiver ist, auch die Arbeit aufzunehmen. Also, noch etwas zu sagen. Heutige Tage, was macht es hier die Frauen in Zürich und in der Schweiz? Genau. Früher haben die Frauen jedes Jahr einen Umzug gemacht mit Fackern, um das Frauenstimmrecht zu fordern. Und die Frauenzentrale Zürich organisiert, deshalb jedes Jahr einen Facklumzug. Wegen Corona, das ist halt dezentral organisiert. Es ist, Sandra, jetzt haben wir meine Eltern gekauft. Wir haben uns hier verabschiedet. Wir haben uns hier verabschiedet. Wir haben heute verabschiedet. Wir haben heute die Frauenstimme, die wir heute verabschiedet sind. Wir haben heute eine gewisse windswärte. Wir haben heute einen neuen Ursprung gemacht. Wollen Sie etwas sagen? Wollen Sie etwas sagen über die Frauenbewegung? Sie haben die Frauenbewegung? Sie haben die Frauenbewegung? Sie haben die Frauenbewegung?